so wir haben das alles jetzt hier schon ein solches gefahren das heißt als nächstes wegen jetzt die die äußeren schlüsse die mittleren anschlüsse die die äußeren anschlüsse und dann brauchen noch ein fußweg weil die werden es wahrscheinlich die werden wahrscheinlich schwierigkeiten haben das einkaufszentrum zu erreichen dafür können die wahrscheinlich das einkaufszentrum auf der wir brauchen ja noch irgendwie noch hier strom jetzt zum beispiel hier hier ist erstmal umspannwerk einsetzt so das umspannwerk die müssen wir eh bauen 2,5 der ist da ran und dann brauchen wir ja auf jeden fall dort oben auch noch eins so 179, das da, das Lager wir brauchen das Ding wir brauchen eins davon eins davon eins davon jetzt müssen wir mal gucken wieviel wir noch übrig haben dann an kohle das das, 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 das hier muss der strom ran die busstation hier brauchen wir auch das, 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 das fertig 800.000 der fußweg der fußweg die straße die straße die straße die und die die straße die straße die straße die straße die straße den weg brauchen wir den weg den weg den weg den weg den weg den weg den da den da den da und den da die kommen nicht hin weil der wahrscheinlich noch fehlt ich will den fehler definitiv ausschließen nein die kommen da nicht hin das heißt wir brauchen dort noch an dem bus plattform sondern dass das 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 das wird das wahrscheinlich noch eine ganze weile brauchen so wir brauchen die schule wir wollen der kinder garten das brauchen wir noch nicht wir brauchen den ikea und und Ein Weg, den Weg. Den Weg, den Weg, den, 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 den. Den. Dann brauchen wir den Weg. Den Weg, den Weg, den Weg, diesen Weg, diesen Weg, diesen Weg. Da ist auch noch einer, um den Weg. 321 Meter von dort aus schon. Oh, die Macaroni. So, Gebäude ist ohne Stromversorgung. Wir brauchen noch ein Depot, ein Fahrzeugdepot. Was kommt da hin? Wir brauchen natürlich. Strom nach oben. Strom da. Strom da. Strom da. Echt jetzt? Und da, schon da. Liste Linien. Zuglinien, Straßenlinien. Und da. 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 passt. Und da. Arbeiterstrom, Arbeiterkohle, Neues Fahrzeug, Bus, 40, 60, 80. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugposition nicht erreichbar. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugstation. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugstation. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugstation. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Das ist wieder gekauft. Ein bisschen Kohle. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugstation. Ja gut, da müssen mindestens 30 rein. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Aber er ist bloß aufgrund niedriger Bildung. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugstation. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugstation. Jetzt bin ich mir genau. Jetzt haben wir nämlich keinen Strom mehr. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugstation. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugstation. Jetzt bekommt ihr hinten aber keinen Strom. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugstation. Erster Stopp ist von der aktuellen Fahrzeugstation. sind jetzt auch noch auch was er wurde arbeiterkohle arbeiterschirm gut die ds er ist warum gehen wir jetzt tanken dann fahren die hoffentlich weg und dann sollte das zumindest mit strom losgehen aber ich habe den größten tisch keine greipe kein krankenhaus ja das kommt doch jetzt gleich noch ich hoffe du bist es einer der ersten die gleich wieder zurückfahren ja du fährst zurück du fährst nicht zurück du hast 29 arbeiter dabei und fährst es raus du hast vier arbeiter dabei jetzt die frage schaffen die es auch noch ein bisschen zu kommen aber das ist der weg zu weit und 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 Wir sind stumm unterwegs. Ganz kurz auf Pause, also wir werden da definitiv ankommen, also zumindest die, die können noch da hinlaufen, ok dann ist das in Ordnung, so ihr seid jetzt zwei Stunden unterwegs. Eine Ingenieure. Das heißt wir brauchen da auch Ingenieure. Das dürfen dann nicht nur Arbeiter hochlaufen, sondern auch Ingenieure hochlaufen. Ohne hohe Zeit Ingenieure kriegen wir da auch keinen. Ah, da kommen jetzt Ingenieure hoch, ok. Gucken wir mal, wo wir da so hinbekommen mit den Dollars. So. 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 Die Frage ist jetzt, wie machen wir ja nichts weiter. weiter. Das werden wir dann sehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.